Zwei Rentenzahlungen ab Juli 2024 bis November 2025 für 3 Millionen Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, das Thema des Extra-Rentenzuschlags bis 7,5% rocht bei uns gewaltig hoch. Wir haben dazu auch ganz viele Videos gedreht, auch viele Beiträge veröffentlicht und wir werden das in loser Folge auch weiter fortführen bis Ende Juni 2024. Und ich bin jetzt schon zum wiederholten Male per Mail angefragt worden, ob es denn wirklich stimme, dass Rentnerinnen und Rentner, die unter diese Zuschlagslösung fallen, tatsächlich monatlich zwei Rentenzahlungen erhalten werden. Meine Damen und Herren, das kann ich erstmal grundsätzlich so bejahen und ich kann sagen, dass es an sich schon mit den ersten Rentnerinnen und Rentnern, die ihre Rente für den Monat Juli im Juni 2024, also Ende Juni 2024, hochschüssig bekommen, die bekommen ab dem 10. Juli bis zum 20. Juli dann diesen Extra-Rentenzuschlag zusätzlich zu der vorschüssig gezahlten Rente schon gezahlt. Und diejenigen, die ihre Rente nachschüssig bekommen, also Ende Juli 2024, für den laufenden Monat Juli 2024, bekommen auch zwei Rentenzahlungen. Da bitte nicht wundern, einmal die normale Rentenzahlung, dann schon mit den neuen erhöhten Rentenwert zum 1.7.2024, Ende des Monats Juli 2024 ausgezahlt und diesen Extra-Rentenzuschlag bis 7,5% dann auch in der Zeit vom 10. Juli bis zum 24. Juli ausgezahlt. Meine Damen und Herren, das bedeutet also für die meisten von Ihnen, die von dieser Zuschlagslösung betroffen sind oder begünstigt sind, dass Sie zwei Rentenzahlungen erhalten. Die Extra-Rentenzahlung ist auch auf Ihrem Konto mit dem unter der Abkürzung oder Stichwort Rentenzuschlag gekennzeichnet durch den Post-Rentenzervice, der ja die Zahlungen anweist. Meine Damen und Herren, dieser ganze Spaß läuft bis zum 30. November 2025. Bis dahin hat die deutsche Rentenversicherung und die anderen Rentenversicherungsträger nochmals Zeit bekommen, um dann einen entsprechenden Zuschlagsbescheid mit der normalen Rente dann für Sie aufzubereiten, dann diesen Zuschlag exakt auszurechnen und dann wird dieser Zuschlag ab Dezember 2025 dann in der monatlichen Rente inklusive dieser Rente als Einmalbetrag dann ausgezahlt, ähnlich wie bei der Mütterrente 1 und 2. Meine Damen und Herren, bitte nicht vergessen, wer diesen Zuschlag erhält, der bekommt diesen Zuschlag abschlagsfrei. Das heißt also, auf diesen Zuschlag gibt es keinerlei Abschläge wegen eventuell vorzeitiger Inanspruchnahme oder solche Dinge. Das gibt es bei diesem Zuschlag nicht, weil das Gesetz, das EM-Rentenbestandsverbesserungsgesetz und auch das EM-Rentenverbesserungsauszahlungsgesetz hier eine solche Regelung, einen solchen Abschlag schlicht und ergreifend verbieten. Man wollte hier aus Verwaltungsvereinfachungsgründen so ähnlich wie bei der Mütterrente 1 und 2 diesen Zuschlag anhand der persönlichen Entgeltpunkte berechnen. Und wenn Sie schon hören, das Wort persönliche Entgeltpunkte, dann wissen Sie, was der Rentenberater Knöppel meint. Dann meint er, dass in diesen Entgeltpunkten dann oder in diesem Zuschlag dann kein neuer Abschlag enthalten sein darf. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenscheid24.de. Ich wünsche Ihnen und natürlich all denjenigen, die ab Ende Juni, Anfang Juli 2024 diese doppelte oder zweifache Rentenzahlung erhalten, alles, alles Gute, bitte haben Sie Geduld, bitte warten Sie ab. Alle Zuschlagsberechtigten bekommen einen extra Zuschlagsbescheid und da steht dann auch drin, wie hoch der Zuschlag sein wird. Ich wünsche alles Gute, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche alles Gute, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.